hallo willkommen zurück hier bei der hunter so wir sind hier immer noch bei dem schönen spiel und zwar was war das hier nochmal damals genau okay wo ist die spur müssen mal den spuren folgen was uns kommen ja gar nicht weiter ok ich muss es so machen weil sonst bringt das nix lalala wo geht die spur weiter ok muss man den blauen da entlang laufen hier ist wieder so ein kackhauben sehr alt jetzt stürmt es auch noch mein gott naja jetzt laufen wir ein bisschen hier rum das maisfeld zeigt weiter das sind nicht nur die zwei felder her dachte da ist was aber da ist nichts nichts bedeutendes da unten sind wieder spuren da mal hier glück naja muss jetzt stürmen was soll da quatsch da oben sind wieder ein paar spuren nein komplett falsch sondern hier sind noch welche oder ja das sieht geil aus mit den blättern hier ich glaube dass sie sich jetzt verstecken dann komme ich wieder auf eine spuren oder was eine dammhirsch ok ich bin hier beruhigt was haben wir hier dann hörst du ok da folgen wir jetzt mal hier ist auch nichts davon was nichts gar nichts gar nichts schauen wir hier kann ja wieder was werden ok dammhirsch da unten geht es weiter muttergebiet aha 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 vielleicht haben wir hier chancen würde ich mal sagen gehen wir mal da vorne in den unterstand vielleicht haben wir glück das hier schon mal das fresszeug ich hoffe dass wir jetzt ich hoffe dass wir das jetzt bauen können dopdi dopddo können wir nein zu wenig geld es gibt wildschwein ok wir müssen weiter an der spur bleiben das bringt nichts bin ich überhaupt noch im ich muss mal hier bleiben hier muss ich bleiben wir sind auch noch spuren mein gott hier geht es weiter aber da entferne ich mich wieder will ich aber nicht das möchte ich nicht hier ist wieder eine spur gut hinführt sehr alt da habe ich auch keine chance mehr haben das zu erwischen dammhirsch hier ich bin soweit am rand hier viel zu weit nein andere nehmen jetzt wird ein reh mein gott geh mal hier außen rum ja ich will mich da hoch zeigt wieder hoch dann waren sie mal hier das ist doch bekloppt lalala was haben wir hier das haben wir schon gefunden oder die kommen hier immer wieder an diesen Feldern hin ich frage mich gerade ob ich das jemals schaffe kann nicht wahr sein hier ist alles abgeholzt das ist doch also nix die sind mitten durchs feld laufen noch mal hier am rand entlang nicht gerade durchs feld vielleicht verschreckt das auch so naja war ein vogel da war nix da war nichts woher einfach nur deprimierend man findet einfach nichts wieder zum unterstand hin der marathon habe ich jetzt freigeschalten stand da jetzt herumgeschafft alles klar aber hier sind spuren was ist da hier dammhirsch ist das da na toll hm haben wir jetzt was gekriegt oder so nö wär ja auch ein wunder so da haben wir noch einen interessanten berg aber da brauchen wir ja auch nicht bedürfnisgebiet 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 hm wo sind die und kommt keiner und schon wieder 13 uhr nochmal ich glaube die sind um die zeit nicht unterwegs ich glaube eher in der früh was was war da ach so hm es kommt einfach nichts es kommt einfach nichts äh was haben wir hier ach fuchs na gut braucht man nicht die ist ein foto aus einer entfernung von 50 meter ja gut das kann ja irgendwo machen aber das da kann es so nie erledigen weil ich nichts finde können ja vielleicht noch mal dahin reißen aussichtspunkt ne 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 äh wo war denn das da ist ein haus sehenswürdigkeit hier sind auch noch interessante ort hier einen schönen feld hm vielleicht damals das nächste mal hinlaufen aber ich glaube nicht dass ich hier noch irgendwas erwische kann es echt abschminken kann es echt abschminken das wird nix das wird nix das wird nix was haben wir hier nochmal ach so dammhirsch ja gut bringt ja nix sehr alt das heißt die waren schon längs da schon längs bin wieder viel zu spät hier ich reise jetzt dahin so jetzt reicht's super sommer jetzt schlafen man rotfuchs okay hier ist noch mal schlafen hier machen wir mal 5 uhr oder 5 uhr 14 hä warum geht's nicht hä hallo so geht's nicht 250 oh nein ich hab kein geld mit zum ausruhen das gibt's doch nicht ach komm kann man hier was nehmen vielleicht gesperrt das ist auch so gesperrt garage dlc saba 4x4 dunkelgrau diese saba dinger hier ja da hat man schon autos da könnte man hinfahren mal oi 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 vielleicht mal ein fuchs noch mehr erwischen das sind die blumen kam von hier vielleicht mal erwischen ihn zu finden versuchen ihn zu finden na wozu sieht bad 6 wo wo denn da oder nicht da muss doch hier stehen jetzt auf jeden fall wieder so ein hof dings dummes wie es da heißt aber es war schon mal laut sie nix ist viel zu nah liegt er da drin das kommt ja so nah aus dem gebüsch da kommt noch mal was dass man dich hört ruhegebiet wenn der jetzt da liegt hoffentlich nicht der mich gleich anfällt jetzt habe ich Angst steht er hier irgendwo jetzt kann ich nicht mehr hoch da vielleicht mal da hochgehen mal gucken bin ich wieder abwärts gelaufen oder abseits mit dem eigentlichen ziel ich glaube ich mache schon wieder zu viel lärm hier ich dachte liegt da mein gott oh oh ich bin jetzt mal ganz leise ich muss mal kurz hören da unten hier runter gelaufen oder was ich sehe schon irgendwann macht hier das ganze rudel auf sehe ich jetzt mal nichts mal wieder hier lang mein gott entscheiden warum folge ich gerade eigentlich ein fuchs wo ich ein hirsch brauch weil ich bekloppt bin wenn der jetzt gleich rauskommt jetzt was frisch oh nein kommt er gleich frisch heißt er ist der war erst da ok wo geht hier weiter wo bin ich jetzt überhaupt so ok trabend ok dann geht es hier weiter gleich mal auf den weg laufen ok ich glaube wir mal lassen es mal mit dem fuchs oder auch nicht wo ist der ich sehe gar nichts es war doch jetzt hier oder wahnruf das hört sich nicht gut an wo 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 da 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 unten wusste jetzt da unten ist er gerannt nicht abstürzen Hilfe Hilfe jetzt nicht da noch ich selbst töten da kommt er nicht hoch ja so verschreck ich alles jetzt war wieder hier ok da drüben ist irgendwas zum gucken können wir mal hingehen ja ist ja gut wahnruf wollen wir die anderen du vogel so hat mal leise gehen wir sind damit das kam von da hinten und sind ganz viele spuren der packt mich gleich das ist ja blöd also man hört hier immer aber sehen tut man nix natürlich immer ein bisschen glück was haben wir hier es kommt auch noch ich werde nachrisch hm was haben wir hier gerade eben wo ich glaube ich bin da dran gerade eben gerade eben ok sind nah dran noch vielleicht erwischen wir ihn noch ach so ich dachte da liegt ein Hirsch jetzt wieder ein Wahnruf gibt es auch nicht gibt es auch nicht was haben wir hier rotfuchs trabend ich dachte schon ey der greift mich jetzt an hier aber hier irgendwas ne ne schwirren reh Immer Reh. Ja, gut, Reh brauchen wir ja nicht. Das ist ja egal. Ob ich hier ist ein See, sehe ich gerade. Was ist das denn? Oder der Fluss, ne? Genau. Ah, vielleicht kommt hier was. Aber ich mache jetzt auch gleich Schluss, die Folge. Sonst dauert es zu lang. Tränkengebiet. Halleluja. Also hier trinken die alle, ne? Können wir mal kurz gucken. Was ist da vorne ist? Ah, Reh. Reh. Immer Reh. Was ist das? Da. Das können wir ja machen. Ist ja gleich da. So. Noch mal. Hab ich es erwischt? Nee. Ich verbrauche hier mal eine ganze Position. Ich hab's nicht erwischt, oder? Nee. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück. Ob da Blut ist? Bei dem Baum da hinten. Sieht man da irgendwas? Da stand's, ne? Genau. Nee. Was ist hier? Ah, Blutspur. Blutspur. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's schon. Geh doch mal raus da. Blutspur. Blutspur. Okay, jetzt suchen wir's noch und dann ist Schluss für heute. So, hier geht's weiter. Sehr frisch. Das muss ja irgendwo sein, ne? Hier rein. Hier ist wieder eins. Äh. Dammhirsch, Dammhirsch. Dammhirsch. Ich sehe gar nichts. Sollte ich vielleicht mal die Kamera rausholen. Ja, ist der mir da vor die... Da hinten liegt's. Okay. Alles klar. Gut. Reh. So, jetzt haben wir wieder Bonus gekriegt. Jetzt lassen wir's mal mit der Folge. Jetzt wird's sonst zu lang. Aber das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Gucken wir mal mal hier. Fertigkeiten, Vorteile, nichts. Okay, gut. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal hier bei der Hunter. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.